Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Elektrobohne. Ich mache hier gerade eine kleine Rast, bin gar nicht am Laden ehrlich gesagt, aber ich habe mir gedacht, weil ich gerade so ein bisschen die Statistiken angeschaut habe, von dem Video zum Ladepark in Eckling am Solarpark direkt dran und es einfach so viele Fragen gab, habe ich gedacht, komm, lass uns doch einfach mal ein Q&A machen und zumindest das, was ich weiß, was auch die Betreiberfirma Vispiron auf ihrer Homepage hat, und das kann ich euch doch einfach mal beantworten. Ich habe mir einfach mal die besten acht Fragen rausgesucht aus den Kommentaren, viele waren einfach immer doppelt oder sehr, sehr ähnlich, da sage ich gleich auch noch ein bisschen was dazu, aber ich würde sagen, nach dem Intro starten wir und ich beantworte euch einfach mal eure Fragen. Zunächst muss ich mich erstmal selbst korrigieren. Es gab unheimlich viele Kommentare und da bin ich echt auch verblüfft, dass so viele von euch diesen Fehler gefunden haben und natürlich auch korrigiert haben beziehungsweise mich verbessert haben, denn ich habe mich leider bei der Energieangabe total vertan. Ich habe es auch schon kurz gesagt in dem Video, das Video ist alles sehr spontan entstanden, wir waren gerade auf der Rückfahrt vom Chiemsee und schlussendlich wollte ich einfach das Video dann auch so spontan machen, weil ich einfach einer oder der Erste sein wollte auf YouTube, der überhaupt diesen Ladepark vorstellt. Und deswegen, sorry dafür, die Rechnung ist nicht mal auf dem Bierdeckel entstanden, sondern wirklich per Kopf im Taschenrechner oder am Handy eingegeben und dadurch haben sich die Zahlenwerte ergeben. Und zwar bei der Energie habt ihr natürlich alle richtig festgestellt, es sind nicht 9000 Terawattstunden Energie pro Jahr, die der Ladepark produziert, sondern nur 9 Gigawattstunden. Denn ich habe noch einen sprachlichen Fehler drin gehabt, ich habe nämlich gesagt 14,7 Millionen Kilometer wäre die Strecke, für die die Energie reicht und es sind in Wirklichkeit 44,7 Millionen Kilometer und dadurch kommt man in der Rechnung dann auf 9 Gigawattstunden. So, das habe ich korrigiert und ich hoffe, dass alle nun mit der richtigen und wahren Angabe so leben können. Dann würde ich einfach mal starten mit der ersten Frage. Die erste Frage war, warum gibt es keine Sitzmöglichkeiten, warum gibt es keine Lounge, wer lädt mitten im Nirgendwo? Also das war so die Variation praktisch, die es hier gab an Fragen. Der Ladepark an sich ist ja gar nicht dafür gedacht, irgendwie länger zu verweilen. Ich weiß, es gibt die Typ 2 Steckdosen und es wäre theoretisch gesehen auch nicht so weit jetzt in den Ort Ettling reinzulaufen. Also ich denke, manche Anwohner könnten schon innerhalb von 10 Minuten wieder bei ihrer Haustür sein und wenn das Fahrzeug dann da irgendwie 6, 7 Stunden lädt, ihr habt ja keine Blockiergebühr, dann ist es vielleicht vertretbar, wenn man da 20 Minuten läuft. Auf der anderen Seite ist es so, ihr habt natürlich die CCS-Möglichkeit, das heißt, ihr könnt relativ schnell laden mit 160 kW. Der Betreiber hat natürlich an der Stelle vielleicht ein bisschen das Ganze verschlafen. Es ist aber so, dass wir Spiron selber, beziehungsweise Mitarbeiter, den ich dort vor Ort getroffen habe vor dem Video, dass der mir schon gesagt hat, dass sie einen Automat oder irgendwas in der Richtung aufstellen werden. Das ist natürlich dann so, dass zumindest mal eine Gelegenheit gegeben sein wird, dass man sich verpflegen kann. Es wird dann auch noch Sitzmöglichkeiten geben, die aber, so entnehme ich das jetzt mal der Aussage, nicht irgendwie überdacht werden oder so. Also heißt, ihr sitzt da halt komplett im Freien und an so einem Tag wie da, als ich den Ladepark aufgezeichnet habe, ist es tatsächlich wirklich brütend warm, weil alles gepflastert, beziehungsweise asphaltiert ist. Also da macht es, glaube ich, mehr Sinn, wirklich im Fahrzeug zu sitzen und die Klimaanlage laufen zu lassen. Dann kam von euch noch als nächste Frage ganz häufig die Frage, ist das ein Pilotkonzept oder eine Art Showroom, einfach um zu zeigen, was sind das für Ladesäulen, was geht in der Batterietechnik und so weiter. Nein, tatsächlich ist es nicht das erste umgesetzte Konzept in der Art und Weise. Es gibt nämlich auch in Uffing am Staffelsee eine relativ ähnliche Anlage, nur ohne Preisschild. Das Ganze ist dann praktisch so gestaltet, dass ihr im Prinzip das gleiche habt, wie jetzt auch in Eckling. Bis Byron ist da auch wirklich dran. Die wollen im Prinzip gerade diese Vermarktung direkt, also ohne Netzentgelte, ohne den Bedarf des Netzes zu kennen, praktisch diese Direktvermarktung machen, weil es einfach, denke ich mal, auch lukrativ ist. Also ihr habt zum einen die EEG-Umlage, ihr habt dann zum anderen noch den Ertrag, den ihr durchs Verladen bekommt. Von dem her macht es einfach für den Betreiber Sinn an der Stelle. Und bis Byron als Unternehmen ist natürlich technologisch bestens aufgestellt, also auch die Ladesäulen selber gehören ja bis Byron. Da kommen wir aber dann nachher noch bei einer Frage zu der Ladetechnik. Was tatsächlich aber so als Art Konzept wirklich gemacht wurde, ist an der Stelle zu sagen, man stellt diese Preistafel auf. Das soll auch eben laut Aussage des Mitarbeiters dazu beitragen, so eine gewisse Verbindung zwischen aktuellem Sonnenstand und eben dem Preis herzustellen. Und das kam bisher bei allen eigentlich sehr, sehr gut an. Ihr habt natürlich alle auch den Preis gesehen. 25 Cent DC pro Kilowattstunde ist wirklich ein super Preis aktuell. Und zum Preis kommen wir dann eben auch gleich in der nächsten Frage. Da wurde nämlich ganz oft gefragt, ja wie ist denn der Preis nachts? Oder wie ist der Preis an einem Wintertag, wenn jetzt zum Beispiel Schnee auf den Modulen liegt? Der Preis, ihr habt es ja gesehen, 25 Cent pro Kilowattstunde ist aktuell fest. Da ist es eben nicht so, dass bis Byron aktuell mit dem Preis jongliert, also an einem sehr sonnigen Tag, dass es da zum Beispiel runter geht vom Preis her und an einem bewölkten Tag, dass es hoch gehen würde. Aber bis Byron ist wohl an einer Umsetzung dran, die einen variablen Preis sonnenstandsabhängig darstellen soll. Allerdings, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, denke ich, wird es bis Byron so handhaben, wie jetzt zum Beispiel Tibber. Nicht jetzt anhand vielleicht vom direkten Ertrag, den die Anlage liefert, denn das weiß jeder, der eine Photovoltaik zu Hause hat. Wenn mal eine Wolke vorbeikommt, dann kann die Leistung schon ziemlich einbrechen plötzlich. Und dann wäre es irgendwie ziemlich unfair, wirklich minutenweise das Ganze abzurechnen. Ich denke stark, dass es da eine relativ gute Ermittlung vielleicht über eine halbe Stunde oder eine Stunde geben wird. Und daran wird dann schlussendlich dieser Preis festgemacht werden. Also er wird nicht super hochdynamisch sein, sondern er wird eben so wie bei einem dynamischen Stromtarif einfach eine gewisse Dynamik haben. Aber wie gesagt, das ist alles meine persönliche Meinung. Wie es sich tatsächlich entwickeln wird, das wird sich zeigen. Ich will mich auf jeden Fall auch mal mit With Byron zusammensetzen und mal schauen, ob wir ein Kooperationsvideo machen können über einen der zwei Ladeparks, die sie aktuell so betreiben. Ja, dann würde ich auch noch tatsächlich gefragt, warum lädst du HC an diesem Ladepark? Es wäre doch viel, viel interessanter gewesen, DC zu laden, um einfach zu sehen, ob die 160 kW zum Beispiel kommen. Tatsächlich war es so, ich habe es vorhin gesagt beim Intro, es war alles super spontan. Und wir haben am Chiemsee, als wir losgefahren sind, unfreiwillig auf 100% am Supercharger aufgeladen, da wir noch beim Einkaufen und Frühstücken waren. Deswegen sind wir praktisch am Ladepark in Eckling angekommen mit einem SOC von 78%. Aus meiner Sicht wäre es einfach total witzlos gewesen, ehrlich gesagt mit DC zu laden. Auch weil zu dem Zeitpunkt, als ich dort geladen habe, beziehungsweise kurz danach, sehr, sehr viele Fahrzeuge gekommen sind. Also der Ladepark war komplett voll. Deswegen hat es eigentlich für mich gepasst, mit AC zu laden, denn so war es einfach total entspannt für den Akku zum einen. und zum anderen konnten die anderen Teilnehmer an dem Ladepark dann eben auch so laden, dass sie eben schnell wieder weg konnten. Ja, die nächste Frage hängt eigentlich unmittelbar damit zusammen eigentlich. Und zwar kam von mehreren Zuschauern auch wieder die Frage, warum lädt eigentlich an diesem Ladepark niemand? Sind das alles Schnachnasen? Ich habe es gerade angesprochen, zu Beginn der Dreharbeiten war erstmal nichts los. Da habe ich dann per AC angesteckt und geladen und euch das gezeigt, einfach wie man das Ganze entsperrt. Das hat dann auch soweit gut funktioniert und dann ist plötzlich ja mehr oder weniger die Hölle über uns eingebrochen. Also überall standen Fahrzeuge, alle sechs Ladeports waren belegt an dem Ladepark. Ich habe dann noch ein paar Einstellungen gedreht am Ladepark. Ich habe dann auch das Intro zum Beispiel gedreht. Also wenn ihr das seht, das Intro, da seht ihr deutlich, wie hinten mindestens zwei Fahrzeuge im Kamerabild noch sind. Meine Aufmerksamkeit dient halt immer dahingehend, dass ich versuche, so wenig wie möglich Menschen zu filmen. Denn jeder von euch hat sein Persönlichkeitsrecht zu sagen, hey, ich will nicht gefilmt werden. Und ich will ehrlich gesagt auch nicht an jedem Ladepark jeden fragen, ob ich ihn filmen darf zum Beispiel. Deswegen bin ich da immer ein bisschen heikel und ich warte einfach gern, bis relativ wenig los ist. Und so war es dann auch schlussendlich an diesem Ladepark. Also ich habe wirklich tatsächlich die Aufnahmen gemacht. Wir sind dann tatsächlich auch noch mal kurz nach Wolfratshausen gefahren. Und dann sind wir einfach später noch mal gekommen, wo einfach nichts los am Ladepark war. Und da habe ich euch dann die finalen Einstellungen gedreht schlussendlich, wo es dann darum ging, wie sehen die Ladesäulen aus, wie sieht der Parkplatz aus, was gibt es von der Infrastruktur und so weiter. Während der Zeit, wo ich da war, war mindestens die Hälfte der Zeit der Ladepark wirklich sehr, sehr gut. Ausgelastet. Und das Interessante ist auch tatsächlich, als wir uns mit den Mitarbeitern von Vispiron unterhalten haben, war es auch so, dass er gesagt hat, der Ladepark ist deutlich besser ausgelastet, als Vispiron sich das gedacht hat, beziehungsweise die Wirtschaftlichkeitsrechnung damit gemacht hat. Also an der Stelle auch vielleicht diesem sehr, sehr günstigen Preis geschuldet, oder sicherlich vielleicht sogar diesem Preis geschuldet, dass einfach der Ladepark extrem gut ausgelastet war. Und aus meiner Sicht ist es wirklich nur ein Zeichen, zu sagen, hey, richtig cool, dass dieser Ladepark so entstanden ist. Dann kam noch die Frage, hat der Anbieter einen Service im Internet, um einen Day-Ahead-Preis zum Beispiel zu googeln? Oder gibt es eben nur die Anzeige am Ladepark selber? Tatsächlich ist es so, es gibt ja aktuell nicht mal eine Preisberechnung, also der Preis ist fix, das heißt, aktuell braucht es diese Day-Ahead-Berechnung nicht, weil ich weiß, heute kostet er 25 Cent, morgen genauso. Es ist aber auch so, habe ich vorhin angesprochen, dass ich denke, dass sich der Strompreis später mal beim Laden, dieser dynamische Tarif eben, an der Strompreisbörse irgendwo orientieren wird. Könnt ihr wahrscheinlich relativ gut nehmen und anhand von dieser Kurve dann sagen, jetzt müsste der Ladepreis wahrscheinlich relativ günstig sein oder jetzt ist er halt relativ hoch. Jetzt noch die abschließende Frage, 160 kW, was ist denn das für eine lächerliche Ladeleistung? Erstmal möchte ich vielleicht persönlich ein bisschen was dazu sagen, denn ich finde tatsächlich also 160 kW, wieso soll das eine lächerliche Ladeleistung sein? Also wenn ihr jetzt ein Hyundai Ioniq 5 fahrt, dann sind natürlich 160 kW ein bisschen wenig, aber ich sage mal für 90 Prozent der Elektroautos sind 160 kW so ziemlich die Maximalleistung oder sehr, sehr nah dran. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Tesla Model Y fahrt, so wie ich als Standardrange, dann hat der im Peak 170 kW und die hält er vielleicht eine Minute oder zwei. 160 kW ist jetzt mal nicht so schlecht. Aber tatsächlich ist es so, dass Vispyron schon eine neue Generation an Ladesäulen vorbereitet hat und diese Lader, die werden demnächst, ist halt natürlich immer die Frage, was demnächst bedeutet, auch an dem Ladestandort in Eckling montiert werden. Ich denke, sie werden auf jeden Fall mehr Ladeleistung haben und vielleicht haben sie auch zwei CCS-Anschlüsse. Das wäre natürlich stark von Vorteil an der Stelle. Vielleicht schaffen sie es auch bis zum Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, diese Lader dann dort in Betrieb zu nehmen. Denn ganz ehrlich, was hat man denn für einen besseren Test und Erprobungsplatz eigentlich als den eigenen Ladepark an der Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ein kleines Q&A zum Ladepark in Eckling. Ich fand es unheimlich cool, was für Reaktionen von euch kamen und wie viele auch. Ich sage jetzt mal, 99% der Reaktion war positiv. Das hat mich unheimlich gefreut. Und schlussendlich heute am 29. August ist es tatsächlich so, dass nur der BR an diesem Ladepark war und sonst hat niemand auf YouTube diesen Ladepark irgendwo gezeigt. Und das macht mich so als kleinen YouTube-Kanal schon ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ihr mich noch einen Tacken stolzer machen wollt, dann abonniert gerne jetzt den Kanal hier unten und drückt gerne auf den Daumen hoch, inklusive der Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn neue, coole Videos hier auf Elektrobohne rauskommen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.